FANTASTIC! Ich hab einfach mal den MOAP-Killer benutzt. Wann bin ich Killer? Was hab ich jetzt freigeschaltet? Ja, Bluenhexler hab ich jetzt freigeschaltet. 4200 hab ich in der Plantage. Nice, nimm mit. Es gab doch auch mal 15.000 Platz oder nicht? Ja, die danach, du Nub, du. Ja, hab ich nicht. Ja, die danach gibt 20.000. Ja, kann ich nicht. Ja, dann hast du Pech. So, das macht mich voll kirre, das ist der Feuerring, ey. Da wird man ja Paranoid. Zack. Das war bei der Feuerringe. So, 63. Runde, mein Guter. Ach, den MOAP-Schredder hatte ich freigeschaltet bei der... hier... bei der Spike-Fabrik. Da hatte ich ihn freigeschaltet. Oh, MOAP-Schredder-Nägel. So, jetzt kommt die 30. Runde. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ne, haben wir nicht geschafft. Weiß nicht, sieht ziemlich beschissen aus. Wir schaffen's, wir schaffen's! Nein, wir schaffen's nicht, wir schaffen's nicht, wir schaffen's nicht. Oder wir schaffen's doch, wir schaffen's, lol. Mit zwölf Leben noch. Ah, lol. Nein, doch nicht, äh, doch so gerade. Ja, aber wann hast du das denn gesehen? Du siehst das doch später als ich, oder nicht? Nein, ich hab gerade... Ja, würd schon sagen. Alter, wir haben gerade 200 Leben verloren. The fuck. Ja, hier müssen jetzt... Ja, gut, das... Jetzt haben wir noch, glaube ich... Ja, Runde 76 ist, glaube ich, noch mal ne harte, ne? Ah, ich baue noch ne Kanone. Huiuiui. Das war mal schwer. Ja, ich denke, das war's aber auch gewesen, ne? Nö, 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 nö. Wir sind ja noch... Wir sind schon weiter als ich dachte. Habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen, wie wir jetzt schon sind. Hast du richtig Vertrauen in uns? Richtig ärgerlich ist gerade... Runde 65 hätten was locker geschafft, aber du musst ja direkt auf schwer gehen. Richtig ärgerlich ist, ich hab' so richtig nice Eistee hier noch rumstehen und ich komm' nicht dran. Sitzst du zu weit weg? Oh, das tut mir leid, äh Sitzst du zu weit weg? Du leckere, süße, eiskalte Eiszeh Mhhh Ist allerdings Zero, das heißt es hat keine Kalorien Du weißt ja, ich hab mich halbiert Ja, ja, ja Ich muss jetzt das Dennis-Darki-Gewicht halten Haha, was ist das denn after? So, 1300 und 3000 in der Bank, was soll ich machen? Du nimmst dir 3000 mit und abgehört ist deine Nagelminen Deine Nagelfabriken Hab ich schon Ne, mehr alter, deine komische, genau die da Äh, ja, gute Frage, keine Ahnung Kann ich dir nicht sagen Ja, hab ich jetzt mal auf diese Bälle geskillt Bälle, Nagelbälle Ja, wobei, ich denke mal bis Runde 76 sollten wir jetzt eigentlich wieder ganz gut durchkommen Ja, mal schauen, also schade, dass wir keinen Helikopter haben Du bist ja so ne Pussy und sagst, der ist ne Affe Haha Ja, der zählt nicht So witzig, wenn dein Schredder die Bloons ausspuckt, dann saugt mein Schredder dir ein Ach Runde 68, naja, das wird noch, das wird noch, das wird noch, das wird noch, das wird noch Ich baue unten einfach ganz viele Mob Mob-Schläger in Ja, ja, ja Extra Reichweite, ja, hab ich auch noch Runde 69, noch ein paar, ich denke mal bei Runde 76 ist die Pornöse Runde Oh nö, Sona, alles klar Okay, mal gucken, Affenbank, wie viel hab ich drin? 2.400, 2.500 Ich habe 7.500 drin Ach stimmt, du hast halt schon die Scheiße da Kann ich jetzt ab Runde 37, äh, ab Rang 37 freischalten Tut mir echt leid für dich Und ich bin Rang 27 Oh, verdammt Okay, doch Ach, mein Affendorf gerettet uns so mega den Arsch, ey Ja, und die Feuerbälle da oben Ja, und die Feuerbälle können nur nicht mein Affendorf sich sehen, ja Wie weit geht denn das, wie weit geht der Radius denn von dem Affendorf? Ähm, nicht sehr weit Du könntest versuchen noch links von deinem Feuerding noch was zu bauen Müsst ihr sehen, wenn die Range sich erhöht von dem Gebäude 12.000 hab ich drin, okay, jetzt komm ich erstmal auf die Nagelsturme Noch nicht go machen, noch nicht go Ups Alles klar, ne, ist egal Äh, kann ich noch bauen Das noch? Ein Nagelsturm machst du erst gut Ja Kann ich jetzt aber Rang 40 freischalten, top Easy Ehm, be, 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 be Was bau ich denn noch? Den nicht Ich brauche noch eine Ja Spike Fabrik Viel Spaß dabei Rund Ms 72. Du weißt ja, wann die crazy Runde kommt, ey. Naja, nächste Runde, mal. Laut deinen Aussagen Runde 73, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht. Glaube ich mir auch nicht. Du hast immer schon zwei. Nein, den Klebstoff schützen könnte ich upgrade. Nein. Das habe ich ja nicht. So, 30. Runde, mal. Ja, genau. Die ominöse, schwere 73. Runde. Das war sie. Noch nicht ganz. Ist echt schon weitergekommen, als ich dachte. Ach so, vielleicht schaffen wir es ja noch, wenn wir ein bisschen mehr Leben hätten. Ja, ich denke mal, wenn wir dann, wenn es in die Buchse geht, dann hätten wir sofort wieder 200 Leben verloren. Dann ist es auch egal. Na, glaube ich jetzt nicht mehr. Also wir haben so viele Gebäude jetzt mittlerweile hier rumstehen. 2700 Dollar. Wie viel hat er? 300. Gut, du hast ja nicht geguckt, während ich meine Bank jetzt leere. Gucken wir sie jetzt. Was soll ich bauen? Scheiße. Ich warte jetzt, bis Runde, ich warte noch diese Runde ab. Danach werde ich die Bank leeren und dann mal gucken, was wir dann machen. Ich habe zwei Schredder mit superbreitem Trichter. Was kann ich denn noch bauen? Der wurde einfach noch oben gesogen, er, zu meinem Schredder oben. Ich glaube, das ist jetzt die... Warte mal, noch nicht starten. Nein, noch nicht starten, noch nicht starten, noch nicht starten. Ich kann noch was bauen. Und zwar, was bauen wir denn schön jetzt noch? Ah, noch mehr Mobschläge, glaube ich, werde ich bauen. Die sind ziemlich geil. Wo haben wir denn die Kanone? Da haben wir sie. Aber ich habe kaum noch Platz. Hast du auch dieses Platzproblem? Nö. Echt nicht? Ich schon. Warte noch nicht, go. Ich habe jetzt noch Mobschläge gebaut. Ja, ich auch. Ich setze die jetzt mal auf Stärkster hier. Weißte, das ist das mit der Kack-Range. So, hier, doch hier geht noch einmal. Okay, ganz geil. Auch schon ziemlich viel gebaut, ne? Ja. Da ist sie. Yeah, baby. Das ist geil. Geil. Das war der Nagelsturm, voll gut. Welcher Level bin ich jetzt? Nö, 28. Sagt die Bank... 1000 gerade mal. Das Problem ist, ich weiß irgendwann nicht mehr, was ich bauen soll, ne? Aber noch mehr Schredder, noch viel mehr Schredder, wir brauchen noch mehr Schredder. Für die 83. Runde brauchen wir so viele Schredder. Echt? Ja, weil ziemlich viele Bloons kommen. Ist ja gut, wenn wir die ja wirklich aufhalten könnten, die ganze Zeit, bis ich meine Nagelsturm... Oder du kannst, ne, Nagelsturm, kannst du schon Nagelsturm, Lehrer? Nein, der ist halt level 40. Ah, so ne Scheiße. Ja, dann baue ich jetzt noch vorne ein paar Trichter hin, da ein paar. Drei Stück hab ich schon. Noch zwölf Leben, das ist scheiße. Aber auch nur noch hier nahe, nur noch ein paar Runden, ne? Ja, also sieben Runden nur noch. Ah, ich weiß noch was hinkriegen, gehen wir in Somp, da müsste ich noch ein paar mehr Moab gehen. Also ich mach jetzt auf jeden Fall die Sauger soweit ich kann. Irgendwann kann ich ja nicht mehr weitermachen, weil ich ja den Level nicht hab. Wenn die Bloons zu weit sind, weil ich hab ein bisschen Delay, dann kann ich vielleicht noch schnell auf die Nagelsturm drücken. Ja, dann mach ich jetzt mal nicht so schnell. Dann lass ich jetzt mal auf normale Geschwindigkeit. Sag anwenden, wenn was kommt. Ich glaub ich dann in der Fabrik. In der, in der, in der, in der Bank. Ich hab schon wieder 7500 drinnen. Aber ich weiß nicht, vielleicht noch ein Nagelsturm, das wär nicht schlecht. Weil ich kann da unten keinen Nagelsturm mehr hinsetzen. Mach doch rechts da oben noch, zwischen... Rechts, rechts oben in das freie, freie Quadrat da. Vielleicht kannst du da noch was hinsetzen. Weiß ich nicht. Ne, passt leider nix. Ne, leider nicht, schade. Doch hier, hier haben wir was. Ich seh meinen Mauszeiger schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich drauf... Ich weiß gar nicht... Irgendwo hier ist ein Pixel, wo ich die Nagelfabrik setzen kann. Ah, ich will diesen Pixel... Da ist er, da ist er, wo ist er? Ah, scheiße, warum find ich den nicht? Was ist denn hier? Ich seh gar nix. Ach, scheiße, ich seh den nicht. Warte mal jetzt. Warte mal jetzt. Ja, es ist... Warte mal, das ist... Max, Max... Ist auch ein Max. Jetzt können wir noch n... Nein, ich mach noch nicht, Gau. Baut erst mal noch n... Ja, wo ist denn das? Da haben wir jetzt ein Pixel, wo ich die Nagelfabrik hinsetzen kann. Du meinst... Dass der sich nicht irgendwo selber irgendwo hinsetzen kann zum nächsten Pixel oder sei es doch... Du meinst zwischen den, äh, wo die Kanone ist und dem... Ja. Und dem Feuer bei deiner Ecke, ne? Genau. Da ist irgendwo ein einziger Pixel, wo ich die scheiß Fabrik hinsetzen kann. Da musst du den mal suchen. Ich hätt den Pixel nicht mehr. Der ist weg. Ey, Gerd, kannst Go machen, ich find den nicht. Doch, da war er. Ach, Vater. Wo ist denn der, Alter? Doch, da ist er. Ich hab ihn gefunden, ich hab ihn gefunden. Oh, ich bin so der Pro, Alter. Ja. So. Kannst, äh, Go machen. Schön langsam, genau. Äh, soll ich langsamer machen? Ja, ja, ja. So, ich hab jetzt zweit Nagelstrom. Mal überlegen. Ja, ich hab jetzt gleich wieder, zumindest wieder 5000 aus der Bank. Wo ist mein Zeiger denn da? Ich mach noch einen Moab-Killer, da kann man den Zomp auch noch easy killen dann. Fünf Runden, das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, 83. Runde wird irgendwie abfuck, hab ich das Gefühl. Ich kann jetzt den Moab-Killer eigentlich bauen. Nice. Kann man Moab, okay, ich kanns Go machen, meinetwegen. Boah, das, 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 das Video geht schon 25 Minuten lang, ey. Ich mach daraus wieder zwei Teile. Ja, oder drei, mal gucken. Zwei, drei. Drei, drei Teile. Ja, mach mal so alle zwei Minuten ne neuer Part, oder? Wie so ne Trilogie, oder was? Sieht easy aus. Ja, logisch. Jetzt hab ich mal dreifach, dreifach Rohr gebaut hier. Nice. Check, check. Achso, hier haben wir noch Moabschläge noch nicht gebaut, da. Oh, oh. Oh, zum Glück ist das Affendorf da oben. Ja, ja, deswegen. Ich hab ja gesagt, dass... Zum Glück sieht man beim Affendorf keinen Affen, der da irgendwie vor sitzt. Oder sonst hätten wir's ja nicht bauen dürfen, ey. Ist ja übel gewesen. Kommt keiner durch, ne? Sehe ich zumindest keinen. Ich sag dir Bescheid. Jo. Wobei, ich seh's ja nicht, weil da überall einfach nur... Sieht echt gut aus. Es sind einfach überall nur Flammen, ne? Sieht echt gut aus. Also wir haben so viele... So viele... Nägel. Ich... Ich dachte schon, ich wollte sagen, so viele Neger. Nee, natürlich nicht so, das würde ich doch nie sagen. Ah ja, kommen ziemlich viele, weil ich mach... Kannst du noch mal einen... Machen wir mal einen Hagel, schon. Ja. Dann sind wir gleich wieder ready. Kannst du den brauchen? Aber ich glaube nicht. Ja, ist halt das Problem, dass die... Dass die ganzen jetzt da durchkommen, weil wir ja... Weil ich unten ja nichts machen kann, weil der ja kein Affendorf ist. Ja, das ist schon klar. Ich glaube, ich werde eins verkaufen und werde einen Affendorf da hinsetzen. Jetzt haben wir jetzt am Anfang... Nee, das ist nie zu spät. Nee, das stimmt schon. Mach auf die Häuser und du kannst das ja hinsetzen. Wenn du ein bisschen Geld brauchst, sag Bescheid. Ja, ich überlege gerade noch. Brauchst du Geld? Ja, stimmt. Nee, warte. Kannst du doch die Häuser da unten draufsetzen. Habe ich ja jetzt. Ja. Was brauchst du für... Ich brauche XP. So. Oh, ernsthaft? Ja, wird schon gleich klappen. Ich habe jetzt mal die Fähigkeit hier... Ja. 83. War aber, glaube ich, nichts mehr. Doch, doch. Das ist die. Das ist die gefährlichste. Oder? Weiß ich gar nicht. Wie viele Dinger da komme ich im Moabs. Kannst du einen Nagelsturm machen? Jo. Kannst du einen Nagelsturm machen? Kannst du einen Nagelsturm machen? Jo. Kannst du einen Nagelsturm machen? Ja. Die 83. Runde ist wirklich nicht so viel. Noch einen oder reicht? Nee, vielleicht... Reicht noch. Es reicht. So, vielleicht am Anfang da mal ein bisschen aufräumt. Na! Ab damit! 2700. Wir machen da noch nicht go. Ich habe... Ja, ja. Ah cool, ich habe noch einen Nagelsturm. Ziemlich geil. Jetzt habe ich drei Nagelstürme. So. Dann langsam... Bisschen scheiße, dass das Affendorf quasi gar keine XP kriegt hier. Langsam nächste Runde, ne? Ähm... Ja, aber nee, warte mal. Ich überlege gerade noch. Ich baue noch was. Wir gewinnen das, Fred! Wir gewinnen das! Wir sollen dir mal eben überlegen. Ich baue da noch ein... Komm. Ah, jetzt kann ich ihn wieder hinsetzen oder was? Hallo. Ah, da. So. Warte, den muss ich eben auf stärkster setzen. Hä, ist auf stärkster? Ne, der ist nicht auf stärkster. So, jetzt mach hin. Langsam. Setz mal einen. Setz mal einen. Setz mal einen Nagelsturm. Wie viel kannst du jetzt setzen? Wie viel Nagelsturm? Drei, ne? Zwei habe ich noch. Ja, aber erst mal nicht. Die Moab-Killer muss man aufheben für den Song gleich. Nächste Runde. Ja. Setzt noch mal einen Nagelsturm. Okay, sieht gut aus. Kommt keine Moab-Killer. Kommt keine Moab-Killer. Kommt keine Moab-Killer. Ja, jetzt brauchst keinen mehr setzen. Ich brauchst keinen mehr setzen. Ich brauchst keinen mehr setzen. Ich hab jetzt noch 3000 und in der Bank noch mal zwei. Das müsste eigentlich... Und die Bank an sich gibt dann noch was an die gleich verkaufen was? Ja, stimmt. Ne. Er ist halt die Frage, was baue ich damit. Ich denke mal, ich werde alles dann auf Mob-Killer, ne? Richtig, mehr Mob-Killer, ne? Richtig, mehr Mob-Killer. Ja. Ne, unterste. Rechte Seite. Ja, ja, aber davon die quasi die letzte Stufe. Ja. So wie hier unten, so wie die unten... Jetzt mit dir auch verkaufen und dann geht's los. Jetzt hab ich 16.000. Das heißt, mindestens schon mal die drei Mob-Killer. Kommt, glaub ich, nur ein einziger Song und den kriegen wir relativ leicht dann down. Äh, jetzt hab ich noch mal ein bisschen was. Ich baue noch eine Spike-Fabrik, oder? Ja, das hab ich auch schon gemacht. Wo bauen wir die denn mal hin? So, Kollege, mach go hier. Weiter noch nicht. Ich hab zwei Nagelstürme für den Mob-Killer. Kann noch eine... Ich kann noch eine Spike-Fabrik setzen. Ja, brauchst du gar nicht. Ja, sonst ist das Geld weg. Also, sonst hab ich das Geld ja nicht benutzt. Das wär dann auch ärgerlich. Mob-Killer. Jetzt sofort die Mob-Dinger machen, ne? Ja, ruft da die Kacke. Ja, ist mal. So war's hier. Ich hab jetzt vier Stück gesetzt. Na, ich hab noch zwei und das war's eh gewesen. Wir haben das gewonnen! Nur mit verdammten fucking normalen Nicht-Affen. Ja, hat doch geklappt. Aber es war gerade die richtige Challenge. Ich dachte, ich krieg dich 80 Dollar, Alter. Was? Ich hab 200 bekommen. Aber du den noch nicht gemacht hattest. Hab die schon fertig. Ja, auf jeden Fall. Es war im Grunde genau die richtige Challenge, weil es war knapp. Es war knapp. 12 Leben hatten wir noch. 31 Minuten Video, heftig. Ja, würd ich sagen. Wenn ihr noch Ideen habt für Challenges oder so, dann schreibt's ja auf jeden Fall mal. Da gibt's ja wahrscheinlich so viele Möglichkeiten. Ich hab, glaub ich, noch 100 Stück in meiner Liste, die mir mal vorgeschlagen wurden. Ja. Wer noch, wie gesagt, wer noch was hat oder so, da kannst du auch gerne unter die Videos drunter schreiben. Ja. Und dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss.